Wir sind hier zur Zeit vom Rohbau mit ca. 105 Quadratmeter Wohnfläche. Wie man sieht, wird hier fleißig gearbeitet, dass es vorwärts geht für die Bauherren. Wir haben hier die Komplettlösung Heizung Sanitär mit einer Wärmpumpe und Flächenheizung verwirklicht. Mein Name ist Birk Haim, ich bin der Geschäftsführer von Heizungsbau Haim. Wir kommen aus Offenbach an der Quaich und unsere Firma gibt es seit zwei Jahren. Ich bin staatlich geprüfter Techniker und ich beschäftige noch zwei weitere Mitarbeiter. Wir bieten die Komplettlösung an Heizung Sanitär und auch Lüftung. Wärmepumpen sind zur Zeit das dominierende Thema in meiner Firma. Es geht immer um Einbau und Beratung bei den Kunden vor Ort. Also das Wichtigste bei der Auswahl der Wärmepumpe ist die Heizlastberechnung und der hydraulische Abgleich. Für die Durchführung des hydraulischen Abgleichs hat die Firma Watz die richtigen Komponenten, um es einfach und verständlich durchzuführen. Durch den ITRO-Set kann ich verschiedene Heizkreisverteiler untereinander vorabgleichen, sodass der eigentliche hydraulische Abgleich von einzelnen Heizsträngen sehr vereinfacht ist. Die Firma Watz ist für mich persönlich schon immer bekannt, seit ich in dieser Branche tätig bin. Bei jedem Großhandel ist sie vertreten. Bei der Firma Watz bekomme ich Schnellentlüfter, Sicherheitsventile, Absperrhellene, Heizkreisverteiler und das Microflexrohr. Das hilft mir, möglichst alle Anlagenkomponenten, die ich für eine Wärmepumpe brauche, von einem Hersteller zu beziehen. Also hier im Bunkerlo haben wir einen statischen Heizkreisverteiler mit vorgeschaltetem ITRO-Set montiert, damit wir den Abgleich einfach haben. Darauf sind montiert steckerfertige Stellmotoren mit Einzelraumregelung. Das ist für mich super, da ich mit der Montage jede Menge Zeit einsparen kann. Der Vorteil für mich als Handwerker ist, ich habe Zugriff auf ein großes Sortiment mit guter Qualität und ich brauche nur einen Ansprechpartner in der Heizungsinstallation. 2021 Bis zum nächsten Mal.